Hey Freunde des Plattformen, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge Yokai Lely. Wir machen jetzt gleich weiter mit Kapitel 4. Mal sehen, was uns da erwartet. Fantastische Fontänen. Warte mal, so. Ach Mist. Ach komm schon. Ah, ich gehe wieder hier rüber. Er haut ab. Yay. Nein. Fuck. Ach genau. Ich muss erst mal kurz wieder rein, ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Finde ich lustig. We. Werden wir eine Lely Klugger? Ich glaube, ich habe es jetzt mal Yokai gesagt. Yokai ist ja unsere Eidechse. Nein. Nein. Ah Mist. Schade. Hätte ja klappen können. Angst. Ich habe mich nicht drohten, schade. Hallo. Ja, geschafft. Ja, ich habe schon zwei Münzen verpasst. Okay. Nein. Nein. Kein guter Start. bin ich dumm oder bin ich dumm na komm montana Ui Nein, nein, nein Komm, Lele, Lele Aber ich habe die Münze Oder auch doch nicht Ja, ja, ein Head Kass Oder auch doch nicht ein Head Kassiert Nein Ich will das nicht überspringen Glaube ich jetzt eher nicht Ich bin zu nervös Ich glaube nicht, dass da wirklich viele Leute zu kämpfen haben, nur ich gerade Aber wir kriegen Lele wieder Alter Ja Drei Münzen, die brauchen wir für die Paywall Oder Super Oups, das war Knapp Abidee Yay Jetzt haben wir vier Beantelians Das sind wir wohl in der Sackgasse gelandet Lele Wie läuft euer Abenteuer Bis als das letzte Spiel Danke Lele Nicht schlecht Auch wenn wir hier in eine Sackgasse geraten sind Gut, dass ich mal nach euch geschaut habe Ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Das einmal diese Frostbär in das Wasser, in dem das Kapitel gelandet ist Okay Das Kapitel friert ein und das wirkt sich auf die Welt darin aus Wow, meinst du wirklich, dass wir so an die neuen Bereiche kommen? Wir probieren es auf jeden Fall mal Los Friert das Kapitel mit der Frostbäre ein Autsch Oh, das Kapitel ist gefroren Schaut euch um, Freunde Ich werde da drehen Ist eine ganz neue Welt Okay, wir können Wir können die Kapitel ändern Oh, cool Also doppelt so viele Kapitel Geil Ah, das ist die erste Münze Ach Mist, ist das jetzt ein bisschen Fuck Ja, ist glaube ich weg Schade Ich war gerade so ein bisschen zu langsam und zu schlecht Oh, Eis Eis Laley Ich habe es gesagt Eis Habe ich die erste Münze Ja gut Ja gut, habe ich Au Bleib da Ich brauche dich Nein Fuck Alter Toll, wie soll ich da hochkommen Oder der durch Oder der durch Nein Ah Mist Leute Leute Achso, die habe ich ja schon Nein Nein Ah Mist Wow Nein Bleib da Bleib da Cool Ich glaube ich hätte die benutzen müssen Ja ich habe Angst Ich brauche Laley Das am einfachsten Die Musik ist immer noch geil Das ist so geil Die Welt ist schon ein bisschen anders Nicht nur dass er vereist ist Hui Ah jetzt kommt da unten nicht mal hin Laley Komm her, komm her, komm her Ja, aber So So den Schuh draus Warum kann ich nicht rollen Da hilft Okay, das ist hart Oh Mist Ja 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 Wesbinden Und nur leider zwei Münzen Schade So schade Aber wir haben jetzt das Kapitel 2 mal erledigt Da Wie komme ich da nur hin Das ist nicht Veränderung Ja, ich hatte das Gefühl, dass man die Kapitel dadurch verändern könnte Ihr könnt bestimmt jedes Kapitel seltsam oder wunderbar verändern Ah, jetzt ist er um Page Ich habe eine Flambeere für euch gezüchtet, um das hier aufzudern, damit könnt ihr die Zustände verändern, wann ihr wollt Ah, wir können jetzt das Kapitel immer wieder ändern, wie wir wollen Cool Und schaut mal, wer gekommen ist, während ihr da drin wart Wenn ihr eure Abenteuer fortsetzen wollt, redet mit der Page Ich eile zurück zum Highway Towers, um die krediten Truppen zu versammeln Macht nur weiter, Freund Ihr seid toll Äh, finde ich nicht irgendwie, bin ich ganz schlicht da drin gerade Aber dann bin ich nochmal mit die Page Wir sind bereit Dann mal los Ah, sorry Oh, easy. Fortsetzen. gut 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 jetzt haben wir die macht die zu verändern schaut mal Pages war oh Mr. Paywall aber an die Paywall komme ich noch nicht ah I understand lass mich raten ja da ist ein Schlüssel Tonikum gefunden Klipsch Augen ah dann können wir hier mit quasi das auch wieder verändern da ist ein Medallion ich will da hoch oh für 1000 ja gebe ich mein Geld aus dafür so wir den Schlüssel transportiert da da geht es für uns erstmal weiter 5 cool cool ich mag sowas lol lol ja du halt wer wagt es sich der buch der großen Rambo zu nähen dann hallo du blockierst entstand diesen wasserlauf ja geh aus dem Weg kalt halt schrecklich schrecklich hoffentlich findest du die schuldigen wenn wenn ihr vorbeibelt wenn ihr vorbeibelt müsst ihr sechs Monate warten bis der große Rambo seine Pflicht erfüllt wird sechs Monate selbst ich kann den Fluss schneller wieder füllen los hier schwimmt ja ich kann noch nicht weiter ich kann noch nicht weiter manchmal ist man einfach nur blöd ich bin die ganze zeit hier lang geschwommen jetzt kommen wir hier lang wir kommen hier den schlüssel jetzt haben wir die zehn mit aufgemacht wir sind böse aber ich glaube mal das soll es vom heutigen abenteuer von yukai und leili gewesen sein wir können nämlich jetzt hier jederzeit das level ändern wenn wir wollen ich würde sagen das kapitel 5 machen wir erstmal normal und dann nochmal unter wasser was ist das hier nee hier ist bestimmt irgendwo was versteckt dann mal hier oben ja ich bin noch am erkunden sorry Leute ah nein da war ja der Schlüssel na gut dann auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.